Wenn man ganz eine negative Ausstrahlung hat, hat sich das gehört, dass es schon voll drückt, was es gerade geht, ob man, dass es jetzt besser geht, da bin ich runter gegangen, weil nicht da nun mal so gräusliche Weiber kommen, die uns die Anlage beeinflussen. Hat sie das auch daheim, dass die Weiber die ganze Anlage daheim negativ beeinflussen? Ich habe nicht alle anscheinend, aber es hat sich gerade alle gefühlt. Dann schauen wir mal, wie alles nächstes da kommt, da sehe ich natürlich nix werden, aber da werden schon mal aufgetaucht, was natürlich verkehrt wird, wenn was zum Trinken aufgetaucht. Die Begründung Und die Begründung Sie werden es da... Ich hätte es da... Sie werden es da nicht insوقiert. Bei den Begründung WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF Liebe Gänse, schaut her, es brennt, ich schaut hier, da es brennt, das brennt, aber vielleicht nicht durchsagen, wo das noch von den Klug ist, weil da so nicht so verhorsten haben wir. Sie kommen ja von da, die deine Tone bringen. Ja, deine Tone bringen. Die Fahnenmutter. Schau mal, das Weiblauch da, das ist bei uns schleißig, da hast du ja die Weiber da. Du musst mal was unternehmen, Seth. Die Fahnenmutter. Das heißt, die Fahnenmutter. Die Kinder ist leer, aber die Kinder nicht, aber die Fahnenmutter haben. Die Fahnenmutter. Die bringen sie da her. Ja, die bringen sie da her. Jetzt musst du halten. Ich schicke jetzt. Die Fahnenmutter, die Fahnenmutter. Die Fahnenmutter, die Fahnenmutter, die Fahnenmutter, die Fahnenmutter, die Fahnenmutter. Die Fahnenmutter zur Ruhe der Wur. Nein, ich bin noch einmal mitgekommen. Was wird so? 1961, das war ich damals Bandl und Braut und Frau. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Du weiß, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Rarte, rarte, rarte. Harte, geh raus! prowessler! Hat mich dran! Quadruzepine, das schaffst du denn, du überhaupt nicht, da? Was? Du graltigst weit, du graltigst. Warte também, wenn du barriest auf der Schupe steh, du schaufst. Wo schau, hier, Werz teeth eh eh? Wieizzy? Ich bin ehrlich. Ich bin 161, da bin ich vorhin gestandet und hab das Panzer der Farbe angesagt. Ich sag 61, das war doch falsch. Ja, alt. Wir brauchen aber was Neues. Nix. Wir brauchen eine Früsche. Nix gibt. Wir brauchen eine Jungfrau. Wir haben gesagt, du kriegst das was Neues, wenn ihr euch verbraucht ist. Lass das mal her. Lass das mal her. Ich geh mir schon bis 7. Schau mal hin. Kannst du ihn auch lesen. Kannst du ihn auch lesen. Schau mal auf. Das was da drohe ist, kann man den Eimer her. Da hast du ein ganz anderes Leben und auf Jungen gehen. Aber vielleicht wieder oder oder? Ein Grund, warum ich fein nicht, gell? Warte. 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 Nein. 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 Das ist entweder, da kriegen wir gleich eine neue oder da tun sie eine Runde rein. Und 1962, 2019 ist eben eine lange Zeit. Und schon haben sie schon verkauft. Jetzt hätte ich mir gedacht, dass du ein paar mehr vielleicht verspäden kannst. Aber damals, als du mit Brennern fahre ich mich dran um den Griff. Was sagst du dazu? Ein Pfund, nein! Ein Pfund, nein! Ein Pfund, nein! Ein Pfund, nein, grüß! Das ist in der Regime! Ein Pfund, wenn ich mich auch nicht mehr zufrieden, ja. Aber ein Wiener Haar hat mir nichts anderes zu anbühren. Das, was ich anbühren kann, das ist, da wir die alten Schaubräckchen unter dem Fisch da rein und schreiben. Also versprochen, wir geben uns ein Bestes. Und wenn es gerade so war, wenn wir die da drinnen fertig bringen, dass was gleich steht, dann kriegt es eine neue. Jetzt drüben wir noch ein Schmerz rein und dann schauen wir, wie es ausgeht. Und dann sind wir die Bösen vor. Hier, hältst du uns? Nein! Wie der Gehilfen passt auf! Hört sich's fest! Hört sich's nicht aus! Hört sich's nicht aus! Hört sich's keinen controlar! Hört sich's nicht aus! Aber der hat sich nicht aus! Hört sich schon mal! Hört sich mal! Es geht nichts dran vorbei, tut sie es zu, hält sie es an, zieht sie es auf. Schau her Mistrest, schau Bracken, da wirst du schön gemacht, da gibt es der Güter Zettel. Schau her, sie sind nicht derjenige, wir schwirren sie nicht. Schau her, sie sind nicht derjenige. Schau her, sie sind nicht derjenige. Licht! Licht ist alles Luder! Warte, ich bin mit ihm! Nein, heute kann ich finanzieren, wo die Sommerheide schon unterhauen. Auf einmal 1961! Ich komme wieder! Auf einmal! Ich komme wieder! Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Nimmerwiederschauen! Wiederschauen! Wiederschauen! Nein! Wiederschauen! 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 Das ist eine schwierige Aufgabe, eine ganz schwierige Aufgabe. Wir müssen zur Zahlung schreiten. Ohne Zoll gibt es doch nichts. Da müssen wir hin! Da müssen wir hin! Da haben wir trotzdem zwei rund! Wiederschauen! Wiederschauen! Ja! Die D digo, da schmique nur dann... Die työftes höchstes. Beim Indäreer... Die D Reis! Die Dürfte schmique das! Habt ihr es gehört? Das erklärt alles. Das ist die Bahnenfahrt von 1961. Warte mal, du Krippi, doch! Jesus, Mario und Josef, dich siehst zu, dich siehst du! Schamst dich denn du überhaupt nicht! Du kreislegst weit, du kreislegst du! Da kann ich deine Farbe schon verstehen. Da schau hin, alles können wir herrichten, alles können wir herrichten. 1961, mit den Fohlen schmacken, hat das Band mit der Fahne eingeschmackt. 1961, das ist mir da, wo ich mich angreift. Nichts gibt's. Nichts gibt's. Juncker hat gesagt, du kriegst etwas, was du machst. Jetzt, da haben wir wochenlang schön herfeuern. Lassen wir das andere Geld, das wir noch etwas rüber haben. Das helft mir! Also das, wo man der Bauer ja schon zu gut halten, wenn's was anfangen, dann gescheit, da wird wirklich alles ausgetauscht, was nichts mehr taugt. Die Mutter im Austauschen, das ist heftig. Aus dem Pudel, da drüben, wenn's was gleich steht, dann kriegt's eine neue, kriegt's eine neue oben. Jetzt drüben wir alle eine Schnapzei und dann schauen wir, wie's ausgeht. Das können wir an die Mösen vor! Wieder gehilfen bei uns auf, hält's jetzt fest! Tucht's jetzt nicht aus! Die fürchten gerade das Mal, was sie reinischmieren, das werden alle nicht antun. Das wird nicht helfbar. Sagen wir, wer helft denn jetzt! Wenn's hört, hört mal was an! Da bleibt's da noch gar nix sehen, das helft nimmer! Wenn du dich strafen, dann bist du eh wieder wie ein neues Neuerl! Ganz neu kommt's da raus! Ich bin ja ein neuer Zau! Es geht nix dran vorbei! Tört sich's zu, hält sich's an! Zürgt sich's auf! Nein, hab ich gesagt, ich! Das ist Zeit, das ist Zeit! Das ist so weit! Nein! Wir brauchen nicht mehr was frisch, was Jungs war! Das hält doch nix sehen! Schau her Mistrest! Schau Bracken! Da wärst du so schön gemacht! Da gibt's da! Sechst du, du was meint? 1969 war ich einer Werb voll! Alles so hab ich aber gemacht in die Krippe! Wer sagt ihr nicht, dass ihr die nicht mögen? Wer sagt's ihr nicht? Aber herrichtet mir mal die einmal! Nein, du sechst nicht! Jetzt tut sich's weg, die Schau Bracken, die kreislich! Heft ist aber ohne! Heft ist aber ohne! Heft ist aber ohne! Heft ist ohne, Luder! Hey du, Schau Bracken! Du! Brauchst du eine Spendenwütung! Aaaaaaah! Heut Einkommensfinanzer da, das tun wir heut so unter der Haare! Hallo! Das dauern wir noch zu meiner Sachen! Ich komme wieder! Schauen wir mal! Schauen wir mal! Schauen wir mal! Komm, wir gehen rüber! Schauen wir mal! Also grüßt euchs! Was? Schauen wir mal! Einer geht zurück! Einer geht zurück! Und dann sind die zwei rüber, mit denen ich was noch verhandeln kann! Wer ist bei ihnen da verhandelt? Wer hat's Geld? Wo ist's Geld? Wo ist's Geld? Wo ist's Geld? Wo ist's Geld? Dann muss die anderen zwei zurück! Dann gehen wir zuerst verhandeln, sie passen drauf! Sie passen drauf! So! Ich hab ja gesehen! Ich hab ja gesehen, da hast du einen Haufen gehabt da! Ich hab's ja gesehen, das Geld! Nein, ich hab's gesehen, das Geld! Du müsst schon noch was abgemachen jetzt! Nein, nein, nein! Was wird's machen? Jetzt ist die auch runterneuert! Zweimal, 600, 1,1200! Und jetzt, wir haben schon gerade einen Schnaps dabei! Was, Schnaps haben wir? Wollt ihr noch? Glaubt ihr nicht? Ja, da können wir ihn schon ein wenig was nachlassen! Für Schnaps sind wir alle emphängig! Der Füge braucht 30% nicht mehr! 35% werden wir mindestens! Jetzt wird's grob! Können ich jetzt pro Prozent, was der Schnaps hat, gleich mal was nachlassen haben? Dann sagen wir mal 2,600, dann 2,600, dann 2,600, dann kriegt sie's das für einen Autender! 1,800! 1,800! 1,800! 1,800! Nein! Nein! Nein, das geht nicht mehr! Ich bin nicht so weit, ich geht nicht mehr! Habt ihr das Zehn, wie die ausgeschaut haben? Die Scheren waren's nimmer! Die Scheren waren's nimmer! Die haben sich gezeigt, ja! So eine Unterneuerung! Ich glaub, das ist nicht auch verarbeitet! Aber ich weiß! Ich weiß schon was! Ich weiß schon was! Ich hab' noch Idee! Ja! Ich hab' noch eine Idee! Ich hab' noch gesagt, ach, du nicht! Und der gute Unterneuerung! Ich hab' noch gesagt! Ich hab' noch Vertrauen! Ich hab' noch gesagt, ich hab' noch Vertrauen in die Tat! Aber ich hab' noch ein Borum! Dies können wir also stehen lassen! Das können wir außen! Das können wir hier drin! Dann haben wir uns außen! Passt! Nein! Haben wir's außen? Schau'n wir, was da außen kommt! Schauen wir, was da außen kommt! Schau'n wir, was da außen kommt! Da könnte aus dem Grund nix, weil noch nix zu zahl und gefallen ist! Zähl, was gan' zahlt! Zähl, was hain' zaul! 100 200 200 200 200 200 600 Und es ist ein Brand, dann sagt es auch nicht, wir haben gerade einen halberen Gäsch, gell? Jetzt sind sie auch tun, aber jetzt ist es immer passiert. Mal schauen, was mir kommt. Schauen wir, Zeit ist, Kasse ist freigegeben, schauen wir, was kommt. Es gibt davon, es gibt davon, es gibt davon. Wenn sie auch so stein, dass sie ausrunden, wir waren noch nicht für die Gange. Schöp' dies ein, schöp' dies ein. Aber, Mama, habt ihr gesehen? Ich glaub hier, dass sie nicht langt hat, da müsst ihr draufhängen. Es ist der Fix. Ich leute gerne mit, weil ich mich knüppel. Vielleicht ist es auch nicht in den kreislichen Mühlen oder der Wüste abrotten. Ich hab die Haare schön. Also, ein Wüste ein, ein neuer Wüste einmal ein. Und dann schauen wir, ob es besser wird. Ich glaub, was sagt der gerade vor dem Mühlen? Ich mach nur dauernd. Also, werfen wir ja nicht. Was euch auf jeden Fall erhelfet, wenn vielleicht das Ganze ein bisschen geschmiert wollt. Ja, geschmiert. Weil ihr so ein geschmiert wollt. Genau. Da haben wir was zum Schmieren. Wehe, wir kriegen jetzt keine geschehen Weiber. 4,50 Euro. Dann kriegt sie es rund erneuert. Die holen jetzt hier ein Glanz dran, da blänt sie. 4,20 Euro. Wenn ihr wechselt, kannst du wieder 4,50 Euro. Wir haben gesehen, haben wir was zum Wechseln da. Unsere Wechselgeld sind 3,5 Euro. Das nehmen wir. Das nehmen wir ins Kläfte. Dann haben wir uns jetzt heilig. Wir haben einen Taster. 3,4,20 Euro. Hier ist das Name Hans Billig. Der hat auch noch viel mehr dabei. Ja, das ist ja auch das Festgeld. Da müssen wir sagen, wir brauchen das ganze Festgeld. Die wollen dabei. Wenn wir alle brauchen, was es einfach wird. Aber mit dir kommen wir ja gut vorhanden. Heut haben wir auch so ein Wechseln gesehen. Weil sie ja heuer ein Fest haben, wo hoffentlich alle, alle Gäste hingegen zum Feuerwehrfest. Darf wir da wochenlang schön hinfeiern. Lassen wir das andere Geld, dass wir irgendwas hinhaben, dass sie uns ein schönes Fest präsentieren können. Jawohl, bestimmt. Komm mal ins Handeln, so was? Jetzt schauen wir mal was kriegt's dafür. Jetzt schauen wir mal was kriegt's dafür. Ja, wir haben das andere. Das war mein Geld. Das war mein Geld. Da war ein Kanzler. Hopp, da kommt die Eule rüber. Da kommt die Eule rüber. Der Ungeduldig ist auch noch. Komm her! Komm her! Komm! Komm her! Komm her! Komm her! Hält Sie ihn! Hält Sie ihn. Ich bin dran. Noch mal zu der Nebelstelle. Halt Sie dich. Was ist ein Kanzler? Halt Sie den. Heute macht es für ein Kanzler. Halt Sie mich. Und ich habe schon gefragt. Halt Sie mich. Halt Sie mich. Halt Sie mich. Schaue die Dähung. Halt Sie mich? Schau mal, gezahlt ist, die Kasse ist freigegeben, schau mal, wo es kommt. Das kommt davon, das kommt davon, das kommt davon. Wenn sie einen auch so streithaft mit auszulucken, wenn er da nicht will ich kann. Schockt sie sein, Schockt sie sein, da müsst ihr euch schneller sein. Da ist die Drakura-Tausch. Die Leute haben sich gesehen, so geht man gut, gut, gut zahlen. Man darf sich nicht streuen, da wird doch schon was draus. Sollte kurzfristig und schnellen Schlößen her durchgehen, da muss man es austauschen näher. Sollte kurzfristig und schnellen Schlößen her durchgehen. Sollte kurzfristig und schnellen Schlößen her durchgehen. Da ist die Kursspieler bei der USA. Das ist der Grund, der erstmal gesteuert sich mit dabei. Hm, deswegen müsst ihr mich auch nicht mehr davon. Nein. Ich muss aber weiss ich, wie es die Ziele gibt. Vielleicht wird es, 70, 70 Euro, das ist die Ziele oder Prostimole. Da soll unterwegs sein, die muss nicht durch Prostaschen schulen. Das ist die Ziele, das ist die Ziele. Nein, nein, nein. ... Wir haben schon einige Debatten, einige Diskussionen, und die Zuschauer sind gerade für ein ein, weiß, das mache ich für Neither will, auf einer равно- eine-wochne Stelle! Na, wir sind ja da gegründet. Das ist richtig wichtig! Haben Award- Santiago? Ja, ist niederhart. accordance seja noted! Der Presidente. So alt ist mir das Fahrzeug, dann tut's Hetzte not. Dann tut's Hetzte not. Was sagst du ja du zu meinem Fahrzeug? Das ist mein allerneister Vorpark. Aber das, was beim Viertelsteil abkommt. Dann bist du kein Bauer nicht, weil die kaufen riesengroße Teile Kull angehen. Ein Bauer bin ich schon, aber nicht so ein großer. Nein, bei mir muss sie das auch nur für Sache. Aber mein Alte, der auf einem Rezept nicht mehr so viel, der hebt nicht mehr so viel. Jetzt müssen wir sie mal heitaschen. Kannst du was anderes mit der Arbeit tun, als würdest du die Arbeit einspannen? Nein, von dem muss man das Kippe gehasen. Versteh ich gut? Versteh ich gut? Warum hast du das ein Zahnkind wie eine Postbacke? Nein, das ist ein wenig interessant. Ich hau dir mal so um. Und da hat man letztens schon einen Sonnastosch. Das hat das bayerige Gehirn gesagt, dass man auf dem Herdweg nicht mehr erwähnt wird. Gut. Schau mal, da wir das Beste draus machen. Was hast du zu anbieren? Was möchtest du? Schau mal die Breitlisten an. Schau hin, was wir als anbieren. Was hälften wird. Schau, der hat das Beste draus gemacht. Na ja, es ist immer so. Rüfterhosennaschen. Nicht viel drin, gell. Richtig. Ich habe mich nicht so anbieren. Ich habe nicht so anbieren. Ich habe auch nichts mehr. Das geht nicht so. Na. Wenn man schon mal so anfängt, da man Wiener anliegt, da der eine kommt und ein paar Läder in Osensee gehört sagt, von mir erzählt er aber auch ein Bauer, aber es war eine Zeit, das ist der Haus Wiener, und der Haus Wiener, das ist ein Sadler, und die haben ein Geld. Die Jungen kennen ja nicht, aber die alten kennen ihn, und ich weiß ja, die haben ein Geld, da muss schon mal jeder oben kommen, weil es will auch eine Hose schocken. Schon wieder schocken. Also, ich hab da oben nochmal reingeschaut, gell, einen besten Schnaps aus der ganzen Region, 38 Prozent, früher habe ich den CSU bei der letzten Wahl, so was wirst du nirgends wieder kriegen, ich würd da sogar einen Stamper davor geben. Ich hab die Pärflein. Habt ihr's gehört, das alte Roller für den Schnaps, den haben sie auch rein. Rühr' einmal, hör' einmal. Er sagt, dass der nicht gut ist. Ja, rühr'gang nicht, rühr'gang nicht. Rühr'gang nicht. Rühr'gang nicht. Echt wollen wir doch, wenn er da ist, weil er, wenn er mich hernimmt für das, was er mal gedacht war, Mit dem Tag auch so Wasser für mir von seinem Schnaps, dann holt sich das eh lang aus. Der ganze ist jetzt noch nicht der Knaps. Nein, nein, das ist zu wenig. Schau's an. Das geht soig, das geht soig, wenn ich hab' ein Sehlin Blut dran. Ja, aber das ist doch mehr und weniger mein Bestes. Ich glaub' da nicht abwohlen ist. Ich glaub' da hat's noch nicht möglich. Das wird ein Problem sein. Jetzt pass' auf. Ich hab' da nur eine Zukunft sehen, was ich schon wieder mache. Überfall. Hör'n's aus Mariat! Da haben wir ja heute eine Erfahrung gemacht. Hör'n's auch hier. 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 Hör'n's auch hier! Hör'n's auch hier. Herz'n's auch hier. Hör'n's auch hier pumpin. ganz gemütlich dahin, und so will man so dahin, denn ich tatsch da, der Hens. Die haben keinen Stress, und ein Hens, wenn so dahin tut, so gemütlich, den ich geholzt. Aber wir noch nicht. Und dieser Dreiehrling, ein Tag, bei mir war letzte Woche der Pups da, und der hat zwölf Hähne mitgenommen. Na klar, wenigstens dafür, wenn der Pups plädiert, dass er reisperrt. Der Mann bleibt scheit. Es ist ein ganz anständiges Angebot, eine Tasche Schnaps, zwei Hähne, aber ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast, der eine schon ganz andere Hähne mitgenommen, und die haben aber Sau bezahlt, von dem, was sie anbringen wollen. Tschau hin, tschau hin, tschau so, tschau so, alles verbraucht was geht, Arbeitsleistung kann nicht mehr helfen, du kannst doch mit dir auch nicht mehr helfen, aber das ist nur zu wenig, da muss schon mehrer gehen. Die haben aber jetzt gar nicht mehr so viel dabei, nicht mehr so viel dabei, aber der hat sie gerade schon vom Großvater gekriegt. Also kenne ich es, die Rosenminen, also kenne ich es. Ja, nix mit dem, nicht das, was sie zahlen müssen, gell, so hat's. Ja, auf und zahle. Jetzt zahle ich aber ihr. Jetzt sagt, ich weiß schon mal, bei Pidi ist ja nicht so lebendig. So, aber wer ist denn der Hermann oder so lebendig? Da hat sie mir auch nicht so hingebracht. Boah, jetzt siehst du das so, jetzt werden die anderen, wir halten uns und dann können wir das so verboten, dann können wir das auch nicht machen. Bevor die jetzt noch was gehen, rein und wisst es, wenn bei den Bauern die Anbieterhaltung verboten werden, das hat es euch gut, aber nicht euch. Also, für den Laufstall kann ich auch nicht brauchen. Sagen wir uns jetzt ehrlich. Ich hab ein einziges, ich hab ein einziges hier, ich hab ein einziges, ich hab's in den Hagen und was. Das ist weg! Das ist weg! Aber du hast gehöre, das nicht nicht, hau und nicht nach! Hau und nicht nach! Die Süßte ist Wetterstum, Wetterstum, siehnt es gar gleich auch nicht mehr. Schau mal, schau mal, was ich kriege. Der ist riesig, der ist riesig, der ist riesig. Wir haben jetzt Zeit und Zeit für wenig Gegenleistung, was man da kriegen kann. Und der weiß, von was ich rede, weil der sofort packt und schnell den Ries, weil der Schau leider einen guten Handel gebracht hat. So, wir brauchen das mit. Bitte ihn ganz schön. Schau sehr, da der Hose wie ein Schnäppchenjäger ist. Genau. Wir haben noch was für die dabei. Da ist zu einem auch kein gescheites Bier gibt zu uns. Jetzt wird es interessanter. Jetzt wird es interessanter drauf. Jetzt wird es interessanter drauf. Geht, lieber. Hör. Sieh mal. Zehn's einmal Toni. Und nimm mal den da her. Nimm mal den da her. Schau. Mein Meinungs. Ich war Schönheitskönigin wie der Uschi Klaas, die ist mit mir in die Schule gegangen. Wir haben miteinander geboren. Jetzt werden wir mal schauen. Schauen wir mal, wo es herkommt. Jetzt werden sie nur noch raus. Kincho, Kincho. Jaaaaaaah! Oh mein! Die Vorsehung von einer Baumwende. Die Vorsehung von einer Baumwende. Thomas, sag's jetzt zu. Sie werden heute austauscht, oder? Sie ist austauscht. Sie ist auch. Weil wir haben gefordert. Nur böse Frauen haben wir geholt. Die Tür ist zugegangen. Oh, okay. Gewehr geboren. Gewehr geboren. Was haben wir gekriegt dafür? So zwei Leer wie dir. Die können da Schorammerpanschen. Oh, das, wenn der Brei siegt. Ich muss nicht passen, aber es ist schick, wie du bist. So. Anna! Anna! So, ist denn drin ein Bier? Anna! Ja, grüß Gott ins Freilassing. Wann haben wir da? Wir haben einen Festleiter da, oder? Vollstand. Vollstand haben wir da. Mit allen, die beteiligt sind, oder? Genau. Jetzt hab ich dir erst gerade gesehen, dass ihr alles schon austauscht habt vom letzten Fest, oder? Das Auto, oder? Das Auto tauscht mir aus. Und die Weiber. Die Weiber. Die, die darf bleiben. Die haben sie gerade. Die haben sie gerade. Die haben sie gerade. Die werden heute noch durchgemalt, oder? 1969 war ich Schönheitskönigin mit Duschi Klaas. Eigentlich hätten wir schon durchgemalt, aber sie sind einfach wieder spästig. Wir haben ein bisschen früh mit dem Mahlergebnis. Das Mahlergebnis war super, muss ich ehrlich sagen. Kann man nicht sagen. Die wird da fest stehen lassen. Die Alten haben wir weitergebracht. Ganz klar. Und was haben jetzt wir davon? Was wir davon haben? Wer ist mir eine Festidee? Ja, alle. Alle. Was alle davon haben? Besucht uns heuer am Fest. Das Fest geht an am 14.06. Ende am 19.06. mit einem Weinfest. Ich hoffe, dass wir gleich kommen. Festidee. Ich werde hoffentlich noch Gewerbung dafür machen. Ja, und ich glaub, dass die durchgemahlenen, die frischen Weiber, die schenken einen Schnapshaus. Die frisch gemahlenen Weiber schenken einen Schnapshaus. Und da haben wir was davon. Und das andere Mädel, das war auch so gekommen. Das ist trocken, das ist das Volleyband. Wunderbar. Dann bis an und wir zeigen uns beim Fest. Genau. Freuen wir uns. Wer kommt auf das Fest? Wie gesagt. Am 14.06. geht's an, am 19.06. auf. Wer kommt, freut uns. Und danke an das Festidee. Servus. Servus. Wenn's, wenn's, wenn's schon so hergeht. Na, was kommt da nur noch? Was kommt da nur noch? Wunder, jetzt kannst du mich noch mal. Brauchst du dich in einer neuen Auftragung? Wo ist es sein? Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Im Ohr, jetzt brauchst du eine neue Auftragung. Komm. Jetzt weiß ich, was sie ist. Habt ihr es ja alle gesehen? Auch so eine Auftragerin kann kein Mensch gebrauchen. Jetzt ist mir Mariannöse. Hat's Pax die Fieder g'sell ihn an? Hat's Pax die Fieder g'sell ihn an? Dort ist's weg! Ich will nicht mehr sein. 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 Was ist denn ein Schau, wenn man Leitwur wird? Und das Zauber. Ich will nicht mehr sein. Kannst du das in Euro ausdrücken oder auch in Naturalien, wenn er sagt, der erste Adjutant von der Brauerei Schoram? Was kann man davon langer? Unbezauber ist das eine lockene Definition? Ich will nicht mehr sein. Ich will nicht mehr sein. Der erste Adjutant von der Brauerei Schoram hat gesagt, für eine Flasche kriegt's gleich der 20 Liter Flasche. Für vier Flasche hat er gesagt. Für vier Flasche hat er 20 Liter Flasche. Ich nehm' er beim Wort. Ja, da nix zum sagen, also gerade schön. Ich bin ein kleines Abend geführt. Ich bin ein kleines Abend geführt. Ich bin ein kleines Abend geführt.